Guten Morgen, wir haben uns hier heute Morgen auf den neuen Plätzen in Pferden getroffen, mit Carsten Biermann und Oliver Rost, um die neuen Plätze einmal zu testen, wie der Boden ist, damit wir optimal für das Springpferde-Championat gerüstet sind. Also die ersten Eindrücke sind sehr gut von dem Boden. Der Boden hält, ist glaube ich feucht genug. Ich glaube, dass wir am Montag eine gute Prüfung hier sehen werden, unter optimalen Bedingungen.